Herzlich Willkommen auf LH Cyber Security und schön dass du dabei bist. Heute schauen wir uns einen Test an und zwar testen wir wie Avast der kostenlose Viren Scanner darauf reagiert, wenn man 500 Viren circa startet auf dem Computer. Ich habe dafür eine Vorrichtung programmiert, die eben diese 500 Viren von einem Netzwerklaufwerk ausführt und dann auswertet, ob sie durchgekommen sind oder blockiert wurden vom Viren Scanner. Das Ganze wird dann von mir nochmal zusammengefasst in einem Endresultat und hier sage ich euch dann nochmal meine Meinung dazu zu dem ganzen Test, was passiert ist, welche Viren durchgekommen sind, was die am PC eingerichtet haben und das zeige ich euch dann immer zwischendrin mal, wenn der Test eben durchläuft. Genau, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Test. Also hier sehen wir die Konsole, die wurde schon mit Admin Rechten gestartet. Jetzt wird der Befehl eingegeben, dass wir eben mein Programm, das ich programmiert habe, ausgeführt wird. Dieses Programm sagt dann, dass wir das Netzwerklaufwerk auswählen sollen oder in einem Pfad, wo die Viren legen. Das mache ich jetzt hier und dann läuft es auch schon durch. Wir sehen jetzt hier bei Progress, wie viele Viren es schon getestet hat von allen und unten sehen wir bei ProActive Detection, sehen wir wie viel Prozent blockiert wurden und wie viel eben durchgekommen sind. Rechts an der Seite sehen wir auch immer misst oder blockt, je nachdem ob es halt durchgekommen ist oder der Virus blockiert wurde. Ich tue hier auch gleich immer alles schön fleißig wieder beenden, da sonst die Rechenleistung extrem hoch geht und ja deswegen muss sich hier auch immer alles schön zu machen. Aber wenn das schon mal geöffnet wurde, ist schon mal ein schlechter, ein schlechtes Zeichen. Das heißt dann so viel wie, dass der Virus durchgekommen ist. Was haben wir hier für Viren? Alles mögliche. Also wir haben Verschlüsselungstrojaner, normale Trojaner, viel Malware, also einfach Software, die einfach nicht auf dem PC gehört, zum Beispiel Werbung, Software. Hier ist eigentlich alles dabei. Die Viren sind auch relativ aktuell, also ungefähr zwischen einem Monat und fünf Monaten. Und man kann hier sagen, wenn jetzt etwas durchkommt, ist das natürlich nicht so gut, aber sie sind eben relativ neu, die Viren. Und da können viele Viren Scanner einfach nicht drauf reagieren auf die ganzen neuen Viren. Außerdem sind manche Dateien auch nicht ganz so schlimm, da sie eben nur eine Toolbar oder so im Browser installieren. Und das ist halt für manche Viren Scanner kein Problem, deswegen werden die auch nicht blockiert teilweise. Hier rechts unten sehen wir jetzt, dass G-Data, also mein normaler Viren Scanner, der auf dem PC läuft, eine Verbindung blockiert hat. Und das liegt daran, dass natürlich die Internetverbindung auch noch mal von meinem normalen Computer überprüft wird, weil das Ganze hier läuft ja in der virtuellen Maschine. Und dann hat G-Data eben erkannt, dass ein Virus hier, der in der VM läuft, auf eine illegale oder infizierte Webseite zugreift und hat das Ganze von außen blockiert. Also die VM konnte jetzt gar nicht den Virus herunterladen oder auf die infizierte Seite gehen. Jetzt rechts unten erscheint von Avastar eben ein Deep Scan. Das heißt so viel wie der Virus oder die Datei wird auf Verhaltensmuster überprüft. Sprich, es wird geschaut, was die Datei macht, nachdem sie ausgeführt wird. Avast erstellt hier eine virtuelle Umgebung. Schaut, was die Datei macht, eben wenn sie gestartet ist. Und wenn es Verhaltensmuster gibt, die auf ein Virus hindeuten. Zum Beispiel, dass es sich die Datei selbst kopiert oder dass die Datei im Autostart sich reinschreibt. Dann erkennt Avast eben, dass es ein Virus ist und löscht die ganze Datei. Das wird angewendet bei Dateien, die noch nicht bekannt sind und der Hash eben noch nicht online ist von dem Virus. Dann wird ebenso ein Deep Scan durchgeführt. Nennt sich auch heuristischer Scan. Hier sieht man jetzt, dass ein Overlay über das Windows Startmenü gelegt wurde und das Ganze ist sogar auf Chinesisch, damit man sich gar nicht mehr auskennt. Ist natürlich auch sehr schlecht und schade, dass es hier durchgegangen ist in diesem Fall. Aber Avast weiß natürlich nicht genau, ob das jetzt gewollt ist. Vielleicht will ich ja wirklich mein Layout auf Chinesisch haben. Und ja, kann man jetzt schlecht sagen, ob das jetzt ein Fehler von Avast war oder einfach eben durchgehen sollte. So, der Test ist jetzt so gut wie beendet. Also jetzt ist er zu Ende und wir sehen jetzt hier das Testresultat. Leider geht die Avast Fehler oder Virenmeldung nicht weg. Deswegen muss ich das hier daneben zeigen. Und wir haben eine Proaktiv Detection von 84,3%. Es wurden 567 Dateien ausgeführt und davon sind 89 Viren durchgekommen. Der ganze Test hat 24 Minuten und 37 Sekunden gedauert. Und ja, ich sage euch jetzt noch dann Sachen, wie der Computer nach den ganzen Viren ausschaut. Und dann sehen wir uns jetzt gleich. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal den PC an. Ich habe dafür ein Tool namens Autorunt. Das starten wir als Admin und dann können wir genau sehen, welche Programme jetzt alles noch im Autostart sind und welche eben von Avast nicht erkannt wurden. Das ist eine der entscheidendsten Aussagen, denn wenn man den PC neu startet, sollten natürlich keine Viren sich mit starten. Und deswegen kann man das hier relativ gut sehen. Wir schauen das Ganze mal grob durch. Und wir haben hier CMD. Das ist okay. Das ist alles auch okay. Avast soll sich starten. Das hier ist zum Beispiel eine nervige Toolbar. Die sollte sich nicht starten. So haben wir schon mal einen. Dann hier, das ist alles okay. Hier wieder Avast. Dann haben wir hier eine Start Shell Extension. Sie sollte sich auch nicht mit starten. Das ist schon mal Nummer 2. Das war das chinesische, was ich euch vorher gezeigt habe. Dann hier haben wir wieder Avast. Alles okay. Hier wieder dasselbe. Das zählen wir jetzt nicht nochmal extra. Dann haben wir den Speedboost. Das sollte jetzt auch nicht installiert sein. Und das startet sich auch automatisch mit dem Computer mit. Also sind wir schon bei Nummer 3. Und... Es wurden wahrscheinlich schon ein paar gelöscht von Avast wieder. Diese gelben gibt es gar nicht mehr. Die hat Avast dann im Nachhinein wahrscheinlich gelöscht, nachdem er gemerkt hat, dass es ein Virus ist. Hier haben wir den Windows Defender. Der ist zwar nicht verifiziert, aber das ist normal. Und dürfte kein Problem da sein. Das haben wir hier. Das gehört alles noch zur Avast, Intel und Oracle. Dann haben wir hier Adobe Type Manager. Das könnte auch von dem Virus gekommen sein. Und hier haben wir Session Manager. Da bin ich jetzt gar nicht sicher. Ich glaube mal nicht, dass es Viren sind. Wir können auch hier einfach mal schnell auf Virus Total das Ganze hochladen. Und schauen, ob es ein Virus ist. Kann die angegebene Datei nicht finden. Okay. Ja, die Dateien sind anscheinend gar nicht vorhanden. Das heißt, es waren entweder Viren oder das System kann nicht darauf zugreifen. Ja, das hier schaut auch wieder nach VirtualBox aus. Genau, Oracle. Also wir haben jetzt drei Viren oder Malware, die immer noch mit starten. Also hier eins, zwei, drei. Ja, und der Rest schaut relativ gut aus. Also nach einem Neustart sind eben nur noch diese drei Programme vorhanden. Die jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sind. Da müsste man jetzt die einzelnen Programme genauer analysieren. Aber das wird den Umfang des Videos sprengen. Deswegen machen wir das nicht. Also von circa 500 Viren sind drei nach einem Neustart noch vorhanden. Das würde ich sagen, ist eine relativ gute Rate. Was aber ein Problem ist und das ist mit dieser Datei hier. Das war meine Notizen. Da stand meine Befehle drin. Und ja, die wurde leider verschlüsselt. Was natürlich gar nicht gut ist. Sie wurde in .asasin umgenannt und der Name wurde auch komplett verändert. Wenn ich sie öffne, weiß natürlich Windows nicht, was das für ein Programmtyp ist. Wir probieren jetzt mal folgendes aus und nennen die einfach wieder txt. Also für Textdatei. Und schauen, ob wir wieder lesen können, was drin steht. Aber schaut schon mal nicht gut aus. Es ist alles auf Chinesisch. Also es ist verschlüsselt. Das ist gar nicht gut. Es ist also auch ein Verschlüsselungstrojaner durchgekommen. Den wir hier beim Autostart nicht sehen. Das heißt wahrscheinlich, er wurde gestartet. Hat was verschlüsselt. Und aber was hat ihn dann gleich blockiert und gelöscht. Aber leider konnte er trotzdem noch einige Daten verschlüsseln. Also es ist schon mal kein gutes Zeichen. War wahrscheinlich ein neuer Verschlüsselungstrojaner. Deswegen ist er durchgekommen. Und ansonsten würde ich sagen. Ja, warten wir auf die Tests von den anderen Virenscanner. Dann können wir das Ganze besser vergleichen. Ich zeige euch noch einmal die Statistik von dem Scan. Und wie gesagt, das ist mein erster Scan. Deswegen kann ich dazu jetzt noch keine Aussage machen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Da könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ist mir sehr wichtig und ich antworte auf jeden Fall auch auf alle Kommentare. Und ja, schauen wir uns hier nochmal das Endresultat an. Also 567 Dateien wurden ausgeführt, also Viren. Die Final Proactive Detection, also wie viele Viren blockiert wurden, liegt bei 84,3 Prozent. Und es wurden 89 Dateien eben nicht blockiert. Die sind durchgegangen. Hier wird wahrscheinlich auch dieser Verschlüsselungstrojaner dabei gewesen sein. Und eben diese ganze Software, die hier mit installiert wurde. Der ganze Test hat 24 Minuten und 37 Sekunden gedauert und wurde von LH Cyber Security durchgeführt. Hier sehen wir jetzt nochmal alle Dateien, die nicht blockiert wurden. Und ja, das war der Test auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst mir ein Abo, Like da. Wie immer Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Peace. 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 Peace.